So, da sind wir wieder immer noch in diesem schönen Strandhaus und, ja, keine Ahnung, gegen wer diese Person, ach, hier, Moment, äh, I drink, I forgot, achso, der ist voll besoffen, äh, äh, this drink gives you drinks, yeah, wir müssen also alle Zähne besiegen und dann kriegen wir von dem Dricks, okay, hey, Kind, hast du diese Lady zum Weinen gebracht oder so, ja, habe ich, oh, ein Pirat, Oh, Sarar, ha, habt ihr es kapiert, Sarar, Piratensprache, ha, ha, man, war der scheiße, egal, haben wir Soi, Soi um, oh, ich hasse das Viech, ey, Elektrizitätspower wurde gesenkt, ey, komm, das ist ein Applaus wert, vor allem, weil ich gar nicht mal einen Elektro-Pokémon dabei habe, du Homo, Was, was muss der jetzt, das kenne ich nicht, das ist neu, oh, shit, hm, ah, hat kein, okay, ne, switchen, schnell switchen, ganz schnell switchen, Boah, das hat doch jetzt, boah, das hat wirklich, ja, das hat wehgetan, it's super effektiv, Sarai, ältere 32, Nightmare, ältere 32, Jetzt gehen wir ab zu diesem Kerl, der uns was geben möchte, der voll besoffen ist, Wir haben Sodapops erhalten, die voll mit Alkohol sind, Wie viel kostet einer? 300, okay Und wie viel bring die dazu? Äh, Sodapop, 60 Wenn man bedenkt, dass einer von denen, glaub ich, 200 sonst gekostet hat und so Äh, ich mach mal einen kleinen Schnitt und kauf mir eine Menge davon So, nachdem ich jetzt 35 Sodapops habe, kann's auch weitergehen Äh Nein, erst nicht meinen, Nezara heilen Ach, hier sind diese Typen überall, okay Ja Ja, ähm Ihr seid im Weg Ja, ähm Ihr seid immer noch im Weg Oh Oh God Sag mal, jagt die das Teil jetzt, jagt das Teil die Ach, egal Nein, da will ich nicht rein Wo ist denn das Poké Center? Das ist bestimmt da oben, aber da komm ich nicht hin Und was sagst du mir? Äh, okay, okay Ah, ich fahre, lass mich zu schräg, du bist nicht mehr AP Äh Check Package 2 Äh Was? Okay Habe ich jetzt noch irgendein Paket erhalten oder so? Nein, ich soll das irgendjemandem geben, der mit R anfängt Rapage? Keine Ahnung, wie er heißt Äh Warum? Äh Shut up! Wir testen das Wasser Wieso? Äh 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 Halt die Klappe So Looking for Professor, don't know where But which stick your chief might know Times w- Wo ist jetzt dieser dämliche Professor? Ah, ich mache ein Schiff, blablabla. Den Map of GLC ist das. Ich kenne das Schiff. Submarine. Was? Fliegende Schiffe? Cool. Leer. Nee, warte. Tastier ist lecker, oder? Mmh, lecker. Cooler Witz. Dinn-dinn-dinn... Dinn-dinn-dinn-dinn... Dinn-dinn-dinn-dinn-dinn-dinn-dinn... Sind die Tüten da immer noch? Mmh, 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 mmh. Nein, jetzt sind sie weg, finde ich's gut. Wow, habt ihr das gesehen? Warte, jetzt nochmal... ... in Slow motion, weil ich sie richtig berühmt bin. Oh, yeah. Cool. Naja, mmh. Ah, hier das Poké Center. Give me your Pokémon for a while. Thanks for waiting. Hier sind deine Pokémon. Dankeschön. Was ist das? Wieso bin ich da reingegangen? Egal. Der Namenstyp. Ja, ich möchte endlich mal eins meiner Pokémon benennen, und zwar das hier. So, ich nenne es nämlich... Millie. Millie, better name. Yeah. Wieso ich es Millie genannt habe? Nicht so wichtig. Also die Person, die gemeint ist, die weiß wieso. Hab dich lieb. Secret Power. Ja, am Arsch. Wieso postuliert die da eigentlich? Naja. Research. Ja. Contest Pass. Okay. Ich brauch nen Contest Pass. Naja, egal. Erstmal muss ich diesen dämlichen Professor finden. Was ist das hier? Proteins, blablabla. Was ist das für ein Gebäude? Museum. Ah. Was? Ja, gut. Da hast du es. Ah, da ist er. Ist Sarah bereit? Ja, Sarah ist bereit. Okay, my little. Found every day. Und da kommen auch die Bösen. Oh yeah, die Bösen. Instead of the day, shut up, you. Up. Monkfisch. Okay. Ich werde dich aufhalten. Dude, 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 dude. Er hat ein Pokémon und, dude, dude, Plug-Oink. Das war irgendwie so klar. Sag mal, haben die nur Plug-Oinks? Konfusion. Oh. Silberblick. Nicht cool. Los, Konfusion. Gleich nochmal Konfusion. Oh Gott, nein. Ich hab Angst, dass er mich gleich mit einem Schlag weghauen will, wenn er das die ganze Zeit macht. Komm, einmal Konfusion noch. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass es einfach nur doof ist. Boom. Das war's. 355. Och, komm. Fucking kid. Fucking Typ mit einer Baseball-Cab. Shut up, lol. Come on. Versuch mich zu besiegen, du kleines Kind. Das sieht nicht schlecht aus. So, wie sie sehen, alle Frauen hier besser aus, als in den richtigen Pokémon-Spielen. Äh, man munkelt nur munkelt. Konfusion, hau mit einem Schlag weg. Ach, Mist. Vital-Throw. Wow. Ey, aber auch, obwohl es nicht sehr effektiv war, gelitten. Obwohl es nicht sehr effektiv war, hat's doch sehr viel eigentlich abgezogen. Also, 11. Naja. It's super effektiv. Level up. Switchen wir zu Nightmare. Komm zurück. Los, Nightmare. Ja, ja, ja. Ja. Egal. Doppelkick. Bringt nicht viel. Ach ja, wenn es Minity ist, Minity ist ja kein Pokémon. Oh, ich glaub, es ist etwas Geduld. Ich hab keine Ahnung. Ja, das war Geduld. Wieso stand da aber nicht? Speichern, nein. Ah, egal. Tod. Level up. Passt ja, alle auf 20. Du hast gegen mich gewonnen? Ja, das hab ich. Was? So, da entwickelt sich. Yeah. Wie cool. Und... Und... Oh, wie süß! Wie cool war das denn? Naja, mit dieser Entwicklung banden wir den jetzigen Part. Yeah, das hat sich entwickelt. Wie cool. Ciao, Leute. Uh... Wie cool. You literally. Die hier. Ich weiß nicht, ja. Vielen Dank.